Einen wunderschönen guten Tag hier lieben und herzlich willkommen zurück zu Circuit Superstars. Heute probieren wir uns mal in der Hatchback Series wieder aus. Und ich habe gerade mal kurz auf Meister gespielt, ich glaube ich bin aber einfach ein bisschen zu schlecht. Und deswegen sind wir hier wieder auf Pro unterwegs und gucken mal wie das Ganze hier läuft. Ich hoffe, dass das Ganze sehr, sehr schön für uns laufen wird. Wir schauen mal, wie wir vorankommen. Let's go, werte Damen und Herren, erstmal mit der Qualifikation, ich hoffe die Lautstärke passt. Direkt schon mal Pylone umgefahren. Ich stehe gleich mal ein bisschen runter. Das Problem ist, bei Meister muss ich halt ein bisschen zu viel Tryharden, glaube ich. Nein! Und hier darf ich mir mal einen Fehler erlauben. Und wenn es eine Strecke gibt, wo ich konkurrenzfähig bin, dann ist es die hier. Wenn es eine Strecke gibt, auf der ich konkurrenzfähig bin, dann ist es die hier. Ja, weil das ist quasi Vollgas. Einmal für Kurve 1 anbremsen und das war's. Und bei Vollgas hat man ja tendenziell einen Vorteil. Auf anderen Strecken würde ich wahrscheinlich komplett ablosen. Und deswegen probieren wir's. So, let's go. Viktor Zalewski. Ah, den kriegen wir nur. Oh, Kurve kriegen wir auch. Perfekt. Heide Witzkarno. Nein, sorry, Viktor. Das war nicht. Wenn ich jetzt auf Meister spielen würde, wäre ich jetzt komplett raus. So habe ich noch eine Chance, hier wieder ein bisschen was gut zu machen. Langsamer als beim Rennstart. Bei der Runde mit Rennstart gewesen. Das ist ein Auer. Jo. Man kann aber auch ein bisschen hier Offroad nutzen, ne? Not bad. Damit funktioniert das ganz gut. Mal schauen, ob wir eventuell hier nochmal unsere Bestzeit toppen können. Ansonsten sind es jetzt so die zwei, drei Cups, die wir am Anfang haben, die glaube ich noch nicht so herausfordernd sind. In dem Fall haben wir jetzt einen Cup, der von... Wait. Achso, bei dem die Schwierigkeit ja eher war, dass ich auf Meister versucht habe durchzukommen. Als nächstes kommen sicherlich auch Cups, wo ich dann auch auf Profi gestruggelt habe. Aber wir werden sehen, ob ich mich da verbessert habe und ob ich da eine Chance habe, da eventuell direkt auch Gold zu holen. Wäre natürlich schön und ich hoffe, dass das irgendwie passt. Mal alles zumindest auf Profi zu vergolden. Wäre cool. Keine Penalties. Krass. In diesen Szenen wurden keine Autos gefährdet. Oh, da wurden Penalties verteilt. Ah, Elaine Brown. Oh, Marta das Silvers sendet da gegen mich. Abdul Khalil jetzt auf der Innenbahn. Brown, die Outside, kriegen wir es hin. Wir haben einen besseren Exit. Und... Gabriele Paruzzi. Kriegen wir. Sehr schön. So. Let's go. Krass. Okay, es liegt glaube ich auch daran, dass das führende Fahrzeug da jetzt nicht direkt hinter mir ist. Also in der Meisterschaft auf P2 liegende Fahrzeug. Viktor Zalewski einfach hinterher. Yo, Bro, was ist hier los? Warum bin ich plötzlich so weit vorne? Ich bin ja übelst schnell. 25.0. Trotz zuvor schon überlegener Rundenzeit bin ich jetzt noch mal mehr überlegen. Krass. Aber... Vielleicht... Machen wir mal eine Doppelfolge draus hier. Wollen wir die Meisterschaft direkt danach nochmal auf Meister probieren? Ich meine, viel schlechter als P10 kann es nicht werden. Insofern kann ich meine Stats dann weiter aufpolieren. Klingt zumindest noch im Plan, finde ich. Ich meine, wir haben jetzt 5 Minuten, 2 Rennen absolviert. Das heißt, hochgerechnet wären das 12,5 Minuten, die wir für 5 Rennen insgesamt brauchen würden. Oh mein Gott. Es sei denn, es ist so eine Strecke. Okay. Wild. Wir probieren es doch nicht auf... Nee, Quatsch. Wir werden es vielleicht mal versuchen. Mal gucken. Aber dann erlaube ich mir auch alles. Dann werde ich centen bis zum Gehtnicht. So ungefähr. Okay, bringt nichts. Und Marta hat das Silber ohne Penalty da durchgekommen. Krass. Kami, sorry. Kami Boucher. Mir ist auch aufgefallen, zumindest im Qualifying, dass man da keinen Topspeed Advantage mehr hat. Also du bist wirklich auf den Geraden genauso schnell wie die KI. Heißt, dass die KI auf den Geraden langsamer ist. Das liegt durchaus auch daran, dass man niedrigeren Schwierigkeitsgrad hat. Dass es... Ach, ich bin... Schwierigkeitsgrad hat. Und dass die KI genau da halt eben die Zeit quasi gegen einen verliert. Darüber wird das Balancing halt dann erledigt. Ergibt aber durchaus auch, finde ich, Sinn. Weil wenn es in den Kurven wäre, dann würde man vielleicht unnötig ausgebremst werden. So auf den Geraden kannst du halt einfach irgendwie links oder rechts vorbeiziehen. Aber ich finde es halt krass, dass ich hier tatsächlich pace-technisch ganz gut unterwegs bin. Ich würde tatsächlich doch schon gerne noch auch Meister in dieser Folge hier machen. Weil dann haben wir tatsächlich eine sehr gute Einschätzung, wie viel besser ich geworden bin. Im Rahmen von Circuit Superstars. Natürlich muss man auch sagen... Gut, es gibt natürlich Sachen, die zu so einem zusätzlichen Skillset dazugehören. Zum Beispiel, dass du mehr Strecken kenntest hast und so weiter und so fort. Eine Sache, die jetzt natürlich hier nochmal hilfreich dazukommen wird, ist... ...dass ich dann jede Strecke mit diesem Fahrzeug auch schon gefahren bin als Vorbereitung auf Meister. Heißt, dass das dann so ein kleiner Vorteil dann sein wird. 33 Sekunden brauchte ich für die schnellste Rennrunde. Schauen wir mal, eine 32er? Fast. 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 Boah, das ist nochmal eine 32er gewesen. Krass. Viktor Zalewski, mal gucken, wie viele Sekunden ist... Ah. Ups. Ich habe ein Level-Up geschafft. Ich hatte 1.999 Erfahrungspunkte und habe dann jetzt wahrscheinlich die letzten Level-Up gehabt. Ey, übrigens, Shoutouts an die Person, die bei dem Imola-Rennen unter einem F1-Video kommentiert hat. Das sieht ja aus wie Feinzer. Übelst lustiger Kommentar. Aber ich musste, auch wenn ich gerade nicht lache, ich musste mich übelst wegkecken. Ich habe den Witz sogar im Discord erklärt mit der Erklärung. Ja, hier in Circa Superstars gibt es eine Strecke, die sieht aus wie Imola, blablabla. Dann war es leider nicht mehr so lustig, aber eben mit dieser Vorkenntnis, dass ich hier immer sage, hey, das sieht ja aus wie Imola, dass das der Running-Gag ist. Übelst lustig. Also schöne Grüße, Shoutouts an die Person, die das da geschrieben hatte. Ultimativ funny. Ohnehin, an der Stelle mal Shoutouts allgemein an den Kommentarbereich. Weil ich muss sagen, entgegen dieser ganzen Aussagen von diversen Creators, dass man die YouTube-Kommentare sich gar nicht gönnen könnte. Ja, ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe. Weil wenn du zwei, drei negative Kommentare liest, dann hat das irgendwie schon einen stärkeren Effekt auf dich, als wenn du die positiven siehst. Die vielen, vielen positiven, zusprechenden Kommentare. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe im Kommentarbereich einfach so viel Liebe hier. Und es sind so schöne Kommentare auch. Und so viele Kommentare, wo sich Leute auch gegenseitig helfen. Also wirklich pures Dankeschön, also wirklich pure Liebe zurück an euch. Weil, äh, das ist geil, ja. Oh. Im Endeffekt ist man da halt in so vielerlei Hinsicht privilegiert. Nicht nur darin, dass man einfach machen kann, was man möchte. Und damit auch ganz gutes Geld verdient. Sondern auch, dass man, ähm, ja, dann nicht nur, also, dass man nicht so eine polarisierende Person ist, die dann einfach irgendwie von der Seite dumm angemacht wird. Mein gut, ich versuche auch wenig Raum für sowas zu geben. Oh mein Gott, das war eine Traumlinie! Oh, wenn das nicht eine 29.5 oder so ist. Wow! Oh, Alter! Ich versuche auch wenig Raum zu geben für so, äh, polarisierende Sachen. Aber trotzdem, in Summe, ähm, man kann sich an jedem Menschen, glaube ich, reiben. Autsch. So wie man sich an diese Pylonen reiben kann. Und, äh, ne, ich bin dann übelst happy, dass ich, äh, ja, dann so viel Zuspruch erfahre. Das ist sehr schön. Vielen Dank. So, und jetzt, wir sind nach 11 Minuten 20 mit dem Cup durch. Ja, easy. Beste Runde. Zwei Sekunden war ich schneller. Ey, daran merkt man aber auch, ich kann die Strecke ganz gut mittlerweile, ne? Ah, ne, es gibt noch eine Renn, äh, noch ein Rennen. Whistle Valley. Kann ich das Rennen theoretisch überspringen? Ne. Weil wir haben die Meisterschaft, glaube ich, jetzt schon. Oh Gott. Okay. Okay. Die Strecke üben ist vielleicht trotzdem smart. Oh, wenn die außen Banking hätte, die Kurve, wäre es geil, weil dann kannst du außen da fahren. Banking, für die Leute, die es nicht wissen, heißt quasi, wenn sie angewinkelt ist. Also, wenn es eine Steilkurve ist. Steilkurven kann man nämlich nochmal extra schneller fahren. Ja, da habe ich zu viel versucht, irgendwie außen eine Kurve anzufahren. War nicht so gut. Aber jetzt wird es besser, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, die Strecke wird später noch echt eng werden im, äh, Schwierigkeitsgradenmeister. Oh, Penalty. Penalty jetzt auch für mich. Okay, wenn ich die letzte Kurvenkombination hinbekomme, ich glaube, das ist wirklich eine Schlüsselstelle. Dann hast du direkt eine Sekunde oder so, die du rauskriegst. Oh, nein. Und wenn du keine Strafe hast, dann holst du direkt zwei Sekunden raus. So, hier innen bleiben, damit man hier schön durchkommt. Da haben wir direkt schon mal ordentlich Zeit. Dann hier recht früh schon pushen. Let's go. Ja, das sah schon besser aus. 25,4. Nice. Viktor Salewski am Ende wieder auf P2. Also, es ist schon krass, auch wie die, äh, Fahrer, die tendenziell stärker sind in den Cups, auch wirklich immer nach vorne kommen. Wait, ich habe jetzt pro Rennen 21 Punkte bekommen. Hatte ich die Pole Position? Dann müsste ich doch 106 Punkte gehabt haben. So, Meister. Ich habe mich auf P3 da qualifiziert. Könnte es neu starten. Starten wir mal neu. Let's go. Wieder mit dem selben Fahrzeug. Ey. Doppelfolge. Allein dafür kann man mal gerne ein Like da lassen. Und gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Heute habe ich einen neuen Namen? Wir haben einen neuen Namen. Okay, let's go. Krass, allein daran erkennt man halt so den Schwierigkeitsgrad schon. Ja, minimalen Topspeed-Advantage hat man noch. 16,8 von Alessandros Galanes. Boah, der hat ein richtig schönes Auto. Gelb ist immer ultimativ schön für Autos. Fast immer. Oh. Hey, level up. Fast. Okay. Leute, jetzt wird es serious. P2 sogar. Im Qualifying. Oh mein Gott. Okay, let's go. Ich bin hyped. Alter. Ich bin vorne. Ich bin vorne. Ich muss vorne bleiben. Nein. Puh. Garbar. Da, da wieder kann man sieh ich. Das ist wahrscheinlich einer von den Ackermanns aus Attack on Titan. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay, ich merke, dass ich... Also Fehler darf ich nicht wirklich machen, zumindest auf der Strecke nicht. Okay, P2. Boah. Alessandros Galanis hat die schnellste Rennrunde. Boah. Alessandros, nicht Alessandros. Da haben wir noch Adriana Gonzalez, Kenny Davis, Farid Hashim, Priya Halder, Jelena Jovanovic. Die klangen so ein bisschen wie Mila Jovovic. Ich glaube, das ist doch die, die Resident Evil spielt, hier in Resident Evil spielt, oder? Weiß die so, ich weiß es gar nicht. Egal. Meier Sofa haben wir. Let's go. Mita Internonen hat nur noch. Und Mikhail Palazogula. Da ist Sukeshimo, auch noch. Da wird jetzt aber alle Namen durch. Was ist da hinter mir passiert? Lol. Von einer 3-Wide ins nächste. Oh. Ich bin durch. Ey, aber bitte, bitte, Leute. Habt jetzt nicht als Forderung, dass ich jeden Cup jetzt auf den Meister dann spiele, ne? Bitte, 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 bitte. Ich möchte mir, nebst diesem Tryhard-Moment hier gerade, eigentlich noch den Casual-Moment in Circle Superstars wahren. Nein, Akamansi ist auf P2 mittlerweile. Oh Gott, der wird aufholen. Muss versuchen, unter 25 wieder zu fahren. Hat er, glaube ich, keine Chance dann. Oh, ich hab schon gewonnen. Oh Gott, ich dachte, das wäre noch nicht die letzte Runde. Okay. Und die schnellste Runde haben wir auch noch. Alter. Alexandros Galanes ist weit zurückgefallen in der Meisterschaft. Und wir haben um einen Punkt David Akamansi jetzt getoppt. Weil ich hab die schnellste Runde geholt. Und im ersten Rennen hat er sie, Alexandros. Siena. Oh ja, das ist... Ja, Kuddelkudelstrecke. Let's go. Nein. Darf war. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schadensbegrenzung. Auf geht's. Ey, alles was besser als PC in der Meisterschaft ist, ist ja schon mal eine Steigerung. Oh, Alexandros wieder mit Problemen. Schnellste Rennrunde. Oh, Alexandros sendet da auf. Also ich bin nicht der Einzige, der hier richtig reingeht. Ich verleihe ihm zwar nochmal extra viel Nachdruck, aber die anderen gehen auch ordentlich rein. 31,9. Aber auch das nur, weil ich die ganze Zeit die Gegner als Bande nutzen kann. E4. Akamansi mit Penalty. Geil. Kenny Davis, geh weg. Kommt, Kenny Davis, jetzt musst du aber durch. Oh, Friahalder. Let's go. Oh mein Gott, ist das Willen. 3-Wide vor mir. Jetzt 3-Wide mit mir. Oh. Alter, Kenny Davis gewinnt das Ding. Er hat es zu wörtlich genommen, wenn ich gesagt habe, man muss durch. Und damit der Akamansi nur auf B4. Oh Gott, was soll er aufholen. Und du hast so halt wie die Halle hier. Boah, okay. Es ist aber auch krass, dass man auf manchen Strecken enorm viel schneller ist und auf manchen geht so. Wir haben 6 Punkte vor Sprung, dann 10 Punkte zu Kenny Davis. Oh mein Gott. Zwei Rennen haben wir noch. Feinster dürfte mein Terrain sein. Terrain. Ja, also jetzt sind wir, glaube ich, schon in der Position, wo wir in den... Alter, wie fehlt es denn nun nochmal? Geil. Äh, jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, da haben wir punktetechnisch jetzt schon so viel vorgelegt. Ich glaube, wir sind locker in den Top 5. Nein. Nein. Okay. Oh, Schmerzen. Ich bin immer noch für Ghosted, by the way, weil ich permanent mit irgendjemandem Überschneidung habe. Naja, aber ich bin nicht beim Ansatz so gut wie vorhin hier. No. No. Push. Bitte. Bitte. Nein. Alter. Egal, Farid Hashim als Sieger ist mir auch recht. Okay, let's go. Jetzt aber. Zwei gute Runden und wir sind dran. 29.9. Bin ich vorhin so eine gute Zeit hier gefahren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe auch wieder Leute als Bremse benutzt, also. Let's go. Wir können wieder ranfahren. Einfach nicht doof sein, Dave. Dann geht das. Oh mein Gott. Es ist halt schwer, wenn ich ich bin, ne? Oh mein Gott, ist das dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Geil. Vielleicht geht da ja sogar noch mal P2. Nee. P3 ist okay. Auch wenn Kenny Davis jetzt aufholt mit der schnellsten Runde auch noch. 2.000. Nein. Oh mein Gott. Wo ist David Akamanzi auf sieben? Sieben Punkte Vorsprung zu Kenny Davis. 14 zu David Akamanzi. Oh Junge ey. Das ist übelst knapp. Das ist übelst knapp. Sieben Punkte zu Kenny Davis. Ich weiß gar nicht, welche Position ich haben muss. Unter der Voraussetzung, dass er eine gewisse Position hat. Let's go. Focus. 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 Nicht gut. Gar nicht gut. Ich wollte eigentlich Farida gar nicht reindrücken, aber... Nein, es ist halt passiert. Bitte. Da wieder Kamananzi mit Penalty. Jetzt kann die Davis noch überholen. Wichtig. Tschüss. Mann. Alexandros. Freut mich für ihn, wenn er jetzt auch mal wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ich gönne ihm auch gerne den Sieg, wenn ich einfach Erste der Meisterschaft bleibe. Kann auch gerne die Stelze runter haben, klar. Meine Nase juckt. Schmutz. iggs. Ehrenhaftes Spiel. Oh, no, 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 no. Nein. Kenny Davis. Geh weg. Du nicht. ja es ist glaube ich die meisterschaft let's go p5 und damit alles an alexandros galadis schnellste runde sieg und neun punkte vorsprung alexandros noch mal auf drei nach vorne gekommen von david akamanzi und das ist nicht nur stufe 29 sondern auch alter meine erste meisterschaft auf meister die gewonnen habe natürlich dann geil alter alter cool ok jetzt kommen 34 cups in folge bei denen ich nicht gewonnen habe auch nicht auf pro muscle car legenden wäre dann der nächste dann und dann werden wir bei sprint car cup stock car cup und rallycross sowie formel gp also wir hätten quasi noch drei vier fünf meisterschaften plus vier weitere also neun stück werte damen herren ich hoffe ihr viel spaß bei dieser ausgabe mit zirka zu bis das heute so ist das geht aber nach oben aber auch bei der nächsten wieder dabei sein bis zum nächsten tschau